Hallo und Willkommen zum Mila Beach Report. Hier in Berlin beim Grand Slam nehme ich den Gewinner von Grand Slam Berlin, die Brasileinin Talita Lima. So gut, herzlichen Glückwunsch! Du hast dein 1. Platz in diesem Turnamen Gold Medal. Wie fühlst du dir jetzt? Ich bin so glücklich. Ich denke, wenn du nach der Finale gefragt hast, dann bin ich sicher glücklich. Aber das war ein schweres Spiel. Wie ich sagte vorhin, sie spielten nach Hause, sie spielten gut, bis 2017. Aber ich denke, dass wir uns nur sagen, dass wir uns nicht verletzten. Das war der Punkt. Wir haben uns nicht verletzten, aber wir haben versucht und versucht und versucht. Und dann haben wir den Gold. Ich kann nicht glauben. Wie fühlst du? Ich bin sehr glücklich. Es war ein sehr schweres Spiel. Wir waren sehr gut. Wir waren sehr gut. Wir waren mit dem Kontrollen. Aber wir haben uns niemals verletzten. Und wir haben uns geschafft, dass wir den Platz verletzten. Und wir haben uns geschafft, dass wir den Tie-Break gemacht haben. Es war Punkt-A-Punkt. Und im Endeffekt haben wir gewonnen. Und wir haben uns geschafft, dass wir gewonnen haben. Und im zweiten Set haben wir vier Match-Points gewonnen haben. Wie kannst du es so cool halten? Ich habe nicht verletzten. Ich versuche einfach zu versuchen. Und die Druck auf der Zeit war nicht mit uns. Das war mit der deutschen Team. Sie sollten den Ball runterladen. Und dann haben wir versucht, es zu stoppen. Das war das. Das war das. Das war dein 5. Gold Medal. Grand Slam Series. Was ist passiert? Der nächste Fußball ist Grand Slam Moskau. Gold wieder? Ich weiß nicht. Ich muss mich über die erste Match, weil es wichtig ist. Es ist wichtig. Wenn ich einfach über die Gold Medal. Das ist nicht der Weg. Ich muss mich über die erste Match. Die erste Match, die Pool. Und die zweite, die dritte und die dritte. Und nach der Pool. Und wenn ich am Ende bin, muss ich über die Gold. Danke, Leute. Ich wünsche dir viel Glück für den Moskau Grand Slam. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020